Willkommen zurück zu Outriders. Bitte meinst du Joni? Hi. Wo und der Matrix? Hallo. Und ein extrem lauter Wasserfall. Ich höre euch, komm. Was ist los? Wir haben die Tür und vor uns. Ne, das lassen wir. Weiter vor uns oder so. So, weg hier. Zu laut. Äh, entsteht eben. Wir haben das Glück alle noch mal ein bisschen ausgerüstet und geupgradet und so. Schnell aufgenommen. Ne, ich nicht. Alter, dieser Wasserfall. Ja, voll laut. Also ich bin der Einzige, der jetzt keine Upgrades gemacht hat. Ja. Ich habe ein paar Upgrades gemacht, aber das meiste von mir schon auf Maximum. Ja, ich habe mich schon mal komplett ausgerüstet gehabt. Oh Gott. 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 Verlass mich im Nahkampf, ich bin... Ich muss sagen, ich hab bei mir statt Waffenbrand hab ich jetzt Schild gemacht und ich glaub Schild ist irgendwie besser, oder? Ah, einfach Hilfe! Keine Ahnung Und Schild macht was? Äh, Schild, äh... Du hast blockiert, Damage wird weg jetzt Ja... Ich hab halt noch was auf meiner Chestplate, was mir Blitze um mein Schild macht, noch Deswegen... Vorzuge ich dir das Schild Ich hab nur gefühlt in das mit mir in die Tore-Ausstellung nicht passen Das sieht ganz komisch an Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung So, ich bin wieder auf dem Einladenbereich So, ich guck mal, ob hier hinten ich was triggere Kann sein, ob ich Juni-Effel, wenn du es ein bisschen leiser ist, hörte? Äh... 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 Jetzt Warte mal, ist hier hinten irgendwas? Bis jetzt besser, oder? Ja Boah Junge, jetzt bist... Weil mir bist du übersteuert Äh... Jetzt Okay Also wieder langsam machen Einen Ticken leiser, ja So... Oder noch leiser Muss Matrix sein Oh na... Es geht Okay Da oben sind doch... Ja, ja, ich hab die gerade alle gekillt Ah... Ich hab mal geguckt, was hier so alles gelootet hat Dann sieht es aus wie ein Boss-Fight hier gleich Ach... Wot, da ist was Tunkermonster Äh... Ach Quatsch Was? Junge, das ist das? Warte, da steht immer so ein Lederschwall Mhm Ja, da ging voll auf mich Hier ist noch ein Boss Ah, noch einer von denen Aua! Alter, was haben wir mit neuen Schaden? Ah, ich mach dir so viel Damage Ich bin fast tot Ich bin weg Ich bin tot Alter, what? Wo kommt dieser Schaden her? Was ist los bei... Ich hab keine Ahnung Ja, die... Die neuen Gegner, die machen voll Terror Was ist los? Ich hab mich selbst auch Ich bin einfach gleich hingelt Oh, nein, 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 nein... Oh, nein, 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 nein... Doch, 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 doch... Schau mal, das ist... Okay, molly, ich hole die bock Der Strahl hat mich sonst ganz schön Alter, was geht denn hier ab, man? Ein... To-Oka-Monster... Was ist ein To-Oka-Monster? Was ist ein To-Oka-Monster? Alter, ich... Wie war eigentlich dieser? Ich hab keine Ahnung Wer hat mich einfach viel aus Oder schon viel, aber... Schöner Alter, die sind so... Irgendeine So hat triggert auf mich... Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin schon wieder tot Oh... Was? Oh, Leute, ich hab irgendwas... Ich hab richtige Sachen bekommen Das hat... Irgendwas hat mich getu-hitted Irgendwas hat mich getu-hitted Ja, hab ich auch Keine Ahnung, Alter... Ich hab was episches bekommen Ich hab was episches bekommen Ich bin voll episch Ich bin schon längst voll episch was Rüstung angeht Warte, wir können ja grad mal kurz nicht rein rein Ich bin kurz bei der Aufnahme überprüfen Ah, ist schon getrackert Cool Juni, Sponsor war vorne Ja, cool Dann... Ich weiß... Da auch noch eine Ausrüstung grad drin, aber egal Ähh... Macex? Du musst noch kurz Sachen machen Was? Was? Ey Junge, all meine Fähigkeiten wurden ausgelöst Von was? Keine Ahnung Ich hab' irgendeine Fähigkeit von diesem Viech Unsicher ich hab nein 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 der ganze stadt herr junger was wie lange bist du schon voll episch äh seit Rüstung was das angeht äh seit vorletzten mal glaub ich hast episch voll? du Helm ne ich hab keine Schuhe ich hab gar nix episch ausgerüstet oder aus meiner Waffe ich hab alles auf episch ich hab Waffen nicht mehr episch ausgerüstet einfach weil ich's nicht finanzieren konnte aber ich hab noch eigentlich hab ich noch so ein episches Maschinengeber ey leute hier ist richtig Party warum hast ich hier eigentlich alleine gefühlt wo wart ihr? weiss ich nicht wir sind noch am spawnen ich war cool ich bin reingerannt weil ich dachte ich hab mit na 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 ich hab hier ja wie soll ich sagen ah Junge was ist denn hier jetzt alles ja viel hier wo ich bin ist Party ah Junge ich bin weg ah fuck weniger Leben oh noch was noch ist da liegt was irgendwie ich hab ein episches Zeug ja bei euch du bist ja nicht doch du hast Rüstung gesverändert und Schnitt das hast bekommen ich? echt? ja 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 schaut gleich nach oh hier liegt das epische ich hab mich halt wiegt nur Handschuhe ich krieg nicht Schuhe ganz ehrlich ich bin ganz tot Leute ich muss mir helfen du hast Handschuhe das Möichl das hast du ich bin ganz krisch was hast du denn bitt schön grad erhalten ich wäre eine Snapper erhalten ja du ich habe nur noch eine Schrotflinte aber sie ist aber so geil ich hab schon ein episches Sniper macht weniger Schaden viel weniger Schaden viel weniger Schaden egal irgendwas hier von da Neues Obertal Und neue Schuhe, sie sind aber schlechter, mann, gerade die Schuhe ich schon episch habe, euer Ernst? Keine episch Schuhe, ich krieg sowas von gar keine Schuhe, das regt mich so auf. Was ist das? Groberteil? Ah ja. Schlechter. Ich frag mich aber immer noch, wo meine Sniper hin ist, aber gut. Hm. Schuhkrabber, kurz die Aufnahme überprüfen. So, ne, da war ich... Okay. Aufnahme läuft wieder. Mhm, Tito? Kannst du hier auf dem Boden sitzen? Ist in der Mode. Ach so. Lass mich. Ist hier irgendwas? Was? Ja. Ich muss kurz mal gucken, wie das mein Aims funktioniert. Ja, also halb. Ich sollte, wird schon reichen. Wird schon, wird schon. So, äh... Holen geh mal. Gute Frage. Hinter uns. Hä, was ist das? Okay. Sammeln. Ja. Du hast den Saft für Skorlogs Gegengift gesammelt und kennst die anderen Zutaten. Hey, und jetzt verweißen, warum wir sich jetzt hin. Jetzt hier hin, okay. Ich bin dann im Käfig gelandet. Durch August habe ich alle Seelen gesehen, die wir geopfert haben umsetzen. Okay. Äh, wo sind wir? Hier geht's weiter. Oh. Da, wo die Gäge waren. Oh. Nee, Mann. Äh, super. Ich würde sagen. So ein, zwei Stück. Ach, Junge, ich bin auf meiner Sniper. Was bin ich auf meiner Sniper? Hä? Wir waren los. Wir waren los. Ah, Junge. Oh, der Sniper tatsächlich. Was ist so falsch bei denen? Nix, nix. Alter. Wot? 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 Ja, genau. Mit der kleinen, normalen, oder? Oh, nein. Das sind die Fetten. Die haben so ne komische Fähigkeit. Na, auch nicht ganz so ein. Ja, tot. Dann scheiße, Alter. Ja, überlast uns. Ja, so richtig. Ah, Junge, schon wieder. Alter, ich verstehs nicht. Ich war gerade AFK. Lasst mich doch mal AFK sein, ihr fiesem Monster. Das ist doch AFK. Was ist das? Ja, genau. Das sind die kleinen, normalen, oder? Nein, das sind die fetten. Das sind die fetten. Irgendwas macht mega viel Damage, aber was weiß ich nicht. Es sind so Effekte auf dem Boden, wie so brennende... Aber die kleinen Viecher machen auch mehr Damage, da hast du schon recht. Den Gegnern einfach 1800 Critical Damage. Ja, die kleinen sind aufgestanden, fast dort. Übrigens auf dem Boden so brennende Ketten und so. Das ist natürlich auch irgendwas. Ja, wir haben mit Down. Ja, das sind die von den Mossen. Von den Mossen. Den haben wir nicht mehr OP. Okay, entschuldige. Ja, probier mal. Du musst direkt gucken da raus. Was ist das? Was ist das? Ja, er ist direkt tot. Sag ich doch, es geht nicht. Der hat auf dem Boden gestanden, hat dich gestunnt und auf 30% Leben aufgetroffen. Dann hat er einfach gekillt. Ja, genau. Das ist... Weil die stunnen einen halt einen fest und du kannst dann nicht mehr weg oder so. Das ist richtig assoziiert. Okay, also jetzt hilft nur noch Mats so, ne? Ja, ich weiß nicht, wie du dich zurückkommst, weil es sind zwei Bosse im Eingang. Ja, ich weiß. Nein. Ich bin die beiden einfach gerade zu killen. Dann hol ich euch. Dann hol ich euch. Und das ist auch der Plan. Und meine Motions ist ja alles schlecht. Schneider, schneller. Schliess. Ich hab' ich irgendwie gerade nicht treffen. Das ist sehr angenehm. Na nicht. Ja, gut. Oh, ich kann jetzt mit dem Tag gehen. Aber... Ich hör' mich. Ich hör' mich. Hör' mich. Hör' auf. Wuscht, wuscht, wuscht. Ja. Ja, wisch. Geil. Oh mein Gott. Mach's dir die Sweater. Du junger Gott. Schnell. Achso, bei mir kommt ein bisschen was an, ne? Ja. Ich probier' auch noch den Existen. Einer noch so. Ich note. Hallo, Bartrex. Schnell. Steh' auf. Oh Gott, sind hinter dir viele. Ja, ich hab' auch vor allem keine Munition mehr für meine normalen MG. Muss hier weg. Mein Leben, Alter. Wie so das. Flucht. Ich hab' das gleiche schon wiederbekommen. Was macht mir so viel Damage? Ja, keine Ahnung. Flying Risswirk auch. Macht mir so viel Damage. Und warum? Die waren mal voll schlecht. Die sind die mega OP. Ja. Und die play haben die immerste Fehligkeiten. Einer und now. Ich brauch' noch irgendwas anderes. Was gibt's inzwischen auf einem Level, wo sie halt Dicks Damage machen und dann ist die Kure-Masse halt schon nervig. Bei der Formulär nicht mehr... Ja, wir haben doch letztens auch schon auf HL-Tropositen gekämpft. Die waren nicht so stark. Ah, Junge. Schweres Gift. Okay, also was? Hab' ich hier jetzt so ne Scheiß-Rüstung und die ist alles kacke? Ich bin richtig geile epische Rüstung geworden. So bist du überhaupt so ein Experte auf diesem Gebiet. Der Saft des Tugger-Baums enthält ein starkes Halluzinogen. Ich glaube, er ist das Tor zur Seele dieses Planeten. Nur ich konnte ihn trinken und nicht wahnsinnig werden. Und die Kreaturen des Waldes haben mich nicht behelligt, als ich ihn trank. Du sagst dir das einfach aus den Fingern, oder? Du musst das wohl selbst erleben. Nein, ich glaub' die Drogentrittmethode ist nicht für mich. Oh, hier ist noch so Tor. Weiß okay, Junge. Nee, ich warte. Wo ist noch da? Hm? Wo ist mich richtig normal? Na, nur Applauszeug wieder, wow. Ja. Aber die Boss-Jobben jetzt viel mehr episch. Und ich bekomm' die ganze Zeit immer das Gleiche. Das ist so scheiße. Ja, ja. So scheiße, was du da alles bekommen hast. Ich sie auch. Mit zwei UCs. Das ist geil. Das ist perfekt, dass wir hier im Lager sind. Ich bin kurz vor fünf bis zehn Minuten weg. Das ist ein bisschen ungünstig, aber muss kurz mal sein. Okay. Okay. Äh, könntest du jetzt ein bisschen ausrüsten oder so? Keine Ahnung. Äh, dann sprechen wir halt einfach mit ihm. Egal. Dann gibt's die Zwischensequenz, aber dann nehmen wir uns trotzdem noch Trench Town. Ja, aber wo ist ein Trench Town? Da ist Trench Town. Äh, Trench Town down. Ja, ich bin auch so neidisch auf deine Schuhe. Ja, aber nur so. Ist das nicht so krass? Ihr habt eigentlich fast allem, jetzt habt ihr die besseren Boss, also. Ja. Naja. Ich hab, glaub ich, nur die beste Rüstung. Ich hab die schwächste Anomalie-Kraft. Ich hab die schwächste Anomalie-Kraft, glaub ich bin 1500. Äh, ich hab 1049. 1049? Ja. Wie kann, wie kann ich dann? Nee 1046. Wie kann ich dann um die 1700 mehr haben? Da versteh ich auch nicht ganz. Glück kann man haben. Ich glaub einfach, Anomalie-Kraft ist absolut gebufft von Pyromane. Ja, das kann tatsächlich sogar sein. Hm, man sagt noch mal, sag mal. Sag mal, sag mal, sag mal. Sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Ich hab Monique gewonnen. Oh ja. Wir werden hier viele Haken angezeigt. Ich hab sie gefunden. Sie ist nicht in Gefahr, sie lebt glücklich und zufrieden. Echt jetzt? Nein, sie treibt den Kerl in den Wahnsinn. Okay, das klingt nach Monique. Ich hatte so Angst um sie. Ähm, ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann. Ist schon gut, danke. Nur, also der Schlüssel... Ja, klar. Da war so ein Säufer. War oft hier und versprach, er würde mich ewig lieben. Dass er dann an seiner eigenen Kotze erstickte. Er erzählte verrücktes Zeug über einen vergrabenen Schatz. Irgendwas von den alten Outriders. Keine Ahnung, wo ich suchen sollte, aber... Hier. Natürlich nicht. Ja, meine Anflüsse sind es auf auch. Nein. Nee, guck ich ab. Was? Hey. Irgendwas gegeben, damit sie uns hilft. Also von da hinsen wir doch nicht doch. Wie kommt man denn dahin? Wir haben einfach die ganzen Sidequests gemacht, haben aber nicht die Überlohnung mehr. Ah, hier vorne. Achtung! Ab zum Rentner. Ich will dir sagen. Also bin... Ja, ich hab die Mucke hergefunden. Bitte, bring ihnen den Brief, solange noch Zeit. Hat das Paket sie noch erreicht? Hast du auch einen Brief für mich? Alter Mann. Die Briefe, die von deiner Tochter gekommen sind. Ja, was ist damit? Deine Tochter ist stark. Dein Paket sei ja. Dass man dem einfach nicht die Wahrheit sagt. Ja, echt so. Danke. Na gut. Ja, das wäre auch nicht gut, wenn er das sagen würde, oder? Er würde doch in... Er kann aber so machen würde. Äh... Wo geht man jetzt hin? Ja. Ich hatte gar nicht, was ich die Nebensatz-Belohnung. Drei Scheiß-Lachen. Suizid. Ja, oder doch. Jinsens. Ich habe einfach auf Jinsen gekommen, der da dabei war. Jinsens. Hä? Was ist mit dir? Sniper? Geht man denn da hin, um die Belohnung abzuholen? Die ist einfach da drin, ne? Geil. Äh, warte, ich guck mal zu euch. Danke für die Belohnung. Warte, aber... Warte, aber was? Wie? Wie glaubst du denn? Ja. Lürft ihr selbst herausfinden. Äh, Matrix, will ich es denn? Äh, äh? Ja? Ach, hier mal reinlaufen? Oh, lol. Okay. Kann man reinlaufen? Ja, da kann man reinlaufen. Wow. Ich dachte, da kommt man nicht durch, weil mein restlichen Game nirgendwo durchkommt. Ja, richtig. Uh, der gibt episches Zeug. Handschuhe des Mäuschlas. Was anderes gibt's nicht. Du kannst es wohl brauchen. Willst du was kaufen? Sieh dich ruhig bei mir um. Alter, was hat der denn alles? Wow, das ist ja alles für scheiße. Also, kacke, was nehm ich denn jetzt? Ah! Also... Es gibt nur eine Sache, die besser ist, das sei das andere bei mir. Ja, mein Problem ist, gerade Schuhe brauche ich nicht. Habe ich schon zwei verschiedene, auch wenn die vielleicht besser sind. Handschuhe bräuchte ich eigentlich, glaube ich, noch gar nicht in episch. Aber das Oberteil sieht cool aus. Hm, nice. Bonus, Waffenstärke, Abwirkung, Schaden auf lange Distanz, aber echt nicht so geil. Maximal Leben ist immer gut, hab ich gehört. Ja, ich habe auch noch mal ein paar maximale Leben bekommen. Wobei das schon cool ist, die sieht echt cool aus. Stammt! Hm. Das andere ist nur noch eine Quest, die man mit dem annehmen kann, ne? Ja, ich habe da schon drauf getippt. Auf diese eine Quest. Hat's den anderen auch so erlischt? Geht's ja auch, ja. Da hast du ja schon wieder alle Sequenzen geskippt. Nee, ich bin jetzt schon fertig. What the fuck, wie? Ah, tatsächlich, so eine Motze die hat, lohnt sich das ja, wenn man da epische Sachen bekommt. Er braucht zu lange, um die Belohnung auszuwählen, schätze ich. Die Belohnung holt sich dann eben jemand anderes. Die beide. Ja, wahrscheinlich. Bei dir bleiben die Leute auf Abstand. Was soll ich sagen? Die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Aber macht Ujio damit ein Geschäft, entwickeln sie moralisches Grubel. Was genau ist denn ein Geschäft? Achso. Hm, was will man denn jetzt? Egal, was ist das? Ist ja alles voll scheiße. Wenn sonst niemand dazu imstande ist. Scharfschützen, Captains. Echte Dreckskerle. Sie sind wohl auch größeren Herausforderungen gewachsen. Hätten sie vielleicht Interesse, sich ein nettes Sümmchen zu verdienen? Wie dieses Sniper will ich sowas von haben. Strieg... Strieger, ich krieg für jeden kritischen Treffer, krieg ich 30% des Damage als Leben. Wow. Ja, die hat auch noch ein cooles Sniper. Was kann die denn so? Ich möchte mir auch mal einen Sniper haben. Schaden auf lange... Ich bekomm nie einen Sniper. Ich würde gerne die Stats mehr sehen von der, bevor ich die jetzt mir hier nehme. Und eine MG will ich nicht. Und eine MG ist echt ganz geil. Oder schon mal eine neue MG. Wollen wir noch diese Quest annehmen? Ich könnte entscheiden. Warte. Äh. Ah. Oh, halten, schade. Ich möchte niemals wieder verkaufen, wenn ich scheiße was. Ich treppe auf annehmen. Immer ein Vergnügen. So, ich habe die nächste Quest beigeschaltet. Sie enttäuschen Ujio nie. Für jemanden mit ihren Talenten wird es in Zukunft... Hm. Ach, zur Info, jetzt habe ich kein Phantom Spenden mehr. Das ist dauernd geschossen. Wollen wir eine Side-Quest machen? Ist ja wohl an der Tagesordnung. Ich krieg aber den. Der Werfer ist recht ungenau. Doch wenn er trifft, und irgendwas trifft er immer... Ich bekomme die Phantom Spenden nicht zurück. Sie heißen nicht Grundlos-Vernichtungsraketen. Mann. Die Rebellen müssen ein Selbstmordkommando in die Trümmerzone geschickt haben, um so nah ranzukommen. Selbstmordkommando? Die Zone ist ein verstrahltes Drecksloch. Da gibt es nicht viele Freiwillige. Aber der Lohn ist beträchtlich. Klingt verrückt. Aber verrückt liegt mir. Feuer mit Feuer bekämpfen. Im Ernst? Die Artillerie-Stellung... Was hat er überhaupt? Was soll die Scheiße? Was kostet denn alles? Kupfer? Oder Schrott? Mit dem gerade handeln oder wie? Ja, ansonsten könnte ich ihm eigentlich alles leisten, wenn es zum Beispiel Eisen wäre. Ja, aber deswegen ist wahrscheinlich kein Eis. Wo geht's hier lang? Dann kommen wir wieder raus. Die Monster werden sich nicht von selbst umbringen. Hä? Ach, hier lang. Okay, warte mal. Jetzt gucke ich mir mal nach. Kann mir noch was einsammeln? Niemand schert sich um die Probleme einer alten... Wer ist da? Pablo, bist du das? Nein. Ich bin nicht Pablo. Tut mir leid, Scheiße. In Rift Town haben wir noch ein paar Sachen abzuholen. Die Welt ist hart und der Tag grausam. Ein paar Besucher haben mir neulich ziemlich zugesetzt. Ist dir kalt? Kann ich dir was anbieten? Nein, ich wollte nur... Nichts da. Die Suppe ist schon auf dem Herd. Ich hol dir welche. Diese Besucher. Wollen wir nach Rift Town gehen? Ein junges Paar, Deserteurer vom Krieg. Das junge Liebchen war schwanger. Warte mal. Ich will die Gäste. Ich will die Gäste. Ich versteckte sie vor den Behörden. Ging Risiken ein. Und wie es immer heißt, die alte Atta ist viel zu gutmütig. Sie bestollen mich. Ich bin dafür. Wir machen erstmal eine Nebenmission, die ich gerade gefunden habe. Das letzte, was mir von der Erde von meinem Mann geblieben war. Da wurde ihr Ehering alles gestohlen. Ich will nur, was sie gestohlen haben. Dafür geb ich alles, was ich besitze. Warum nicht? Ich habe nichts Besseres vor. Okay. Wow. Oh, es gibt halt so fucking viele Sidequests. Ey, scheiße. Das habe ich mal so viel mal Rüstung und Waffen. Wollen wir? Wir machen erstmal die Sidequests, dann machen wir vor, wie wir zur Hauptwass zurückkehren. Ja, würde ich was sagen. Ja. Fangen wir oben einfach an bei Rewardsville Rift Town. Ich würde aber auch erst mal sagen, wir sollten vielleicht mal alle Belohnungen abholen, bevor wir danach irgendwas vergessen. Äh, wo können wir noch Belohnungen abholen? Rewardsville Rift Town. Ich bin einfach dafür. Wir fangen oben an. Das ist Rewardsville Rift Town. Da können wir eben was abholen. Dann wissenschaftliche Methoden, dann Freimarktwirtschaft, Feuer mit Feuer bekämpfen, gezinkt und so weiter. Okay? Ja. Hm, was? Dann abzuverwundenen Soldaten. Ich habe nicht zugehört. Was wollen wir jetzt machen? Wir fangen von oben nach unten. Wer von Litte? Gibt es hier auch eine verwundete Soldatin? Äh, das ist ein Rift Town. Ach ja, okay. Easy. Ja, dann erstmal nach Rift Town gehen. Äh, 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 wo ist Rift Town da? Ich kenne die. Ich war bei der... Die letzten Symbole, die da sind, sind auch Missionen, ne? Den warten immer. Super Missionen. Hatte ich früher da auch nie was haben. Holy shit. Was hat bei dir alle abklappern, bevor wir die Hauptmission weiter machen? Und die einfach durchbauen an? Ja, das sind halt meistens solche, ähm, Kopfgeldjagden und irgendwas anderes. Hm. Ja, wir machen jetzt einfach das, was wir soweit haben. Und die paar, die wir jetzt in der Liste haben, das sind, glaube ich, so sieben oder acht. Und dann... Mal gucken, ob wir mit denen schnell fertig sind. Ich bin gleich fairer. Ja. Ich versuch. Lass uns versuchen, die einfach zu beeilen. Hm. Warte mal, also hier ist doch locker noch irgendwo anders was. Ah, ich weiß, wohin wir gehen sollten noch. Bevor wir woanders hingehen. Hast du schon geladen? Hm, wie, nee. Wir müssten zu der Historikern mal gehen. Ich weiß nicht, ob wir da selbst gehen können. Ah, doch, gar nicht. Hier, ich bin bei der Historikerin. Ach, die, ja. Oh, kann man bei der viel abgeben. Ich spiele so leise bei mir gerade. Ja, kenne ich schon. So, da bin ich ja. Alles klar. Ach, Whirftown war die Starterstadt. Oh, was ist denn hier die verbundete, wundete Soldatin? Ich weiß, wo die ist, aber geh erstmal zur Historikerin und Militär, deine Sachen macht. Genau wie die Reise durchs Weltall zu diesem Felsen. Aber ich fürchte, wenn man lange genug lebt, wird jeder sie für eine Niederlage. Halt, du Bullshit. Ich brauch aber schon mal irgendwas in die Krudel. Ja, das wäre vielleicht. Ähm. Oh, eine Armbanduhr. Die wurden an Zivilisten ausgegeben, zur Messung der Kälteschlafdauer, damit sie ihr tatsächliches Alter kannten. Man könnte meinen, die Uhr ist kaputt, aber sie tut genau das, was sie soll. Die Zeit in diesem Tal ist stehen geblieben. Nur der Countdown bis zu unserer Auslöschung läuft noch. Die Rebellen haben alles genommen. Und deine Tochter? Die haben sie auch. Also. Äh, sag, wenn ihr da durchs seid. Ja, da waren nur zwei Sachen. Irgendwie waren da zwei. Kannst du mal verlängern? Ich bin gerade noch mit meinem, der Dings am reden. Danke. Das sind bessere Sachen. Ja, holy shit. Was ist das aus? Äh. Bist du mit der fertig? Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe die Dinge einfach übersprungen, wobei ich nicht die Hintergrundgeschichte wissen wollte. Ich habe es mir angehört. Ich auch. Ey, das Ding ist, ich habe ja diese legendäre Waffen bekommen. Mittlerweile sind die anderen Waffen einfach besser. Ich finde, ey. Ja genau, das ist voll deprimierend. Also ich halte, weil trotzdem seid ihr legendärer, ne? Also, weil man da halt diese krassen Fähigkeiten drauf hat. Ähm, wer muss noch annehmen? Ich. Aha. Was machen wir in der Kriegszone? Verwunderte Soldaten. Achso. Ich weiß auch genau, wo die ist. Kriegszone.